willkommen auf klembar deinem steinchen kanal ja und ihr seht schon wir haben die 75 342 den republic fighter tank aus dem jahr 2022 den gibt es momentan noch zu kaufen der ist draußen seit dem 22 april 22 also zum jetzigen zeitpunkt ich nehme es gerade am ersten sechsten auf da ist er noch nicht so lange auf dem markt mal gespannt wie lange er bleibt deswegen da kann ich noch nichts zu sagen es ist ein clone war seit wir schon sehen könnt und dann insgesamt 262 teile und sechs minifiguren und zunächst erst mal hier eine schöne anleitung und ja das ist wie wie man schon vermuten kann dieser neue anleitung stil bei dem man dann hier unten immer sieht anhand der position der minifigur wo man quasi gerade beim bauen ist funktioniert ganz gut ist ganz schön ich hätte es jetzt nicht gebraucht weil es manchmal dann doch ein bisschen demotivierend ist wenn man dann schon sieht ich bin gleich fertig mit bauen und ja dann wird man traurig aber gut ansonsten hier die bauschritte alles machbar nichts kompliziertes wir haben einiges dicker zwölf stück ja und ja farblich keine große seuche hier hinten muss man ehrlich sagen wir haben viel weiß viel rot viel schwarz und das passt alles ja hier noch ein paar sets die habe ich tatsächlich sogar alle allesamt eigentlich brauchbare sets ganz ganz gut geworden soweit dieses jahr und genau hier unten noch ein qr-code wahrscheinlich um die anleitung digital zu bauen aber ich mache das natürlich mit dem papier so bevor wir dann ins set starten so rum möchte ich kurz anmerken ich hatte auch schon mal ein vergleichsvideo gemacht zu dem fighter tank und dem aus 2017 das gucke ich mal das werde ich wahrscheinlich hier oben irgendwo mal einblenden also wenn es interessiert gern da noch mal reingucken und ja wir starten mal rein mit den figuren und ich denke mal das wird für die meisten ein kaufgrund sein der tank der tank der tank ist an sich auch schön ja aber die figuren sind denke ich mal der grund warum viele dieses set ein oder zweimal gekauft haben so auch bei mir und zwar wir haben hier erst einmal zwei standard b1 kampftruiden das einzig besondere ist der blaster das ist jetzt hier nicht dieser schwarze sondern ja was ist das denn so metallic grau würde ich sagen verstehe ich nicht warum die in letzter zeit immer mal wieder so beigemischt werden ja ist ganz schön aber wenn man die alle mit schwarzem blaster hat ist das ein bisschen nervig wenn die jetzt die farben ändern aber gut mir soll es recht sein da brauchen wir nicht groß drüber reden die kosten jeweils irgendwas mit einem euro 50 oder halb weniger aber ja zwei kampftruiden nicht verkehrt und die nächste oder ab jetzt kommen nur noch exklusive figuren und da haben wir nämlich hier maize window und ich denke mal wer das set schon mal irgendwie gehört hat was zu gesehen hat ähm die figur ist wirklich klasse also wir haben hier ähm schon mal vorne weg überall prints rücken arme sind bedruckt torso bedruckt vorne natürlich die beine bedruckt die äh die taille bedruckt also wirklich äh fantastisch und äh auch die prints die sehen an sich nicht schlecht aus es sind gute sachen dabei ein umhang hätte ihm noch gut getan also so ein cape noch dazu das wäre glaube ich gut gewesen aber äh auch so das passt ja ähm wendegesicht haben wir halt keins weil er natürlich keine haare auf hat und äh ja normales lichtschwert das ist tatsächlich sogar ausnahmsweise mal komplett transparent ohne lufteinschluss also äh gefühlt eine seltenheit bei in dem fall jetzt aber bei meinem zweiten tank war zum beispiel das lichtschwert komplett milchig also naja äh das ist halt ein qualitätsmangel den man so hat aber schöne figur kostet etwa zehn euro momentan und da weiß man natürlich nicht wo die preise hingehen da es ein exklusiv lego set ist ähm wird es wahrscheinlich nicht sehr günstig werden auf dauer die figur aber äh da jetzt wahrscheinlich viele das set doppelt und dreifach kaufen wird die figur denke ich mal in den nächsten jahren auch bei zehn euro vielleicht liegen vielleicht fünf euro mehr oder weniger aber äh ich denke jetzt nicht dass der äh einen preissprung macht auf hunderte euro und danach haben wir hier noch eine exklusive figur und äh da ist die namensgebung ein bisschen interessant vielleicht äh könnt ihr mich auch aufklären wo mein denkfehler hier ist und zwar wird er angepriesen als 187 legion clone commander aber für mich ist es doch ein airborne trooper also weiß ich nicht äh ob ich da jetzt einen fehler drin habe aber äh ihr werdet mich schon korrigieren wenn es falsch ist und ähm ja was soll man bei der figur sagen die ist natürlich auch grandios geworden wir haben keine armprints ja rücken bedruckt ähm vorne alles mögliche bedruckt ja gesicht kein wendegesicht und äh der helmold das ist der den man auch vom zb 212 ten airborne trooper kennt also das ist jetzt nichts neues und äh die prints ja ihr seht sehr schön detailliert gefällt mir sehr sehr gut und ähm hier der blaster ist halt ein langer blaster mit hier vorne diesem knöppel drauf den wir auch aus zum beispiel dem äh 501ten huch jetzt ist das ding verschollen 501ten battle pack kennen und ähm ja passt funktioniert gefällt mir äh dass das jetzt auch bei anderen sets mal mit eingeführt wird und ähm klasse figur die steht momentan so bei 9 euro ja da kann man wirklich gespannt sein wo die preise noch hingehen werden und ähm dann haben wir hier noch zweimal einen normalen clone trooper auch von der 187. ihr seht es hier vorne schön bedruckt ja gefällt mir sehr sehr gut rücken auch bedruckt und ähm die gesichter sind dieselben wie bei dem airborne trooper eben da gibt es keinen unterschied auch kein wendegesicht natürlich der mold ganz normal phase 2 aber äh macht schon was her finde ich finde ich also so ein paar farben äh nebeneinander stehen haben ist ja ist ja immer was schönes und ähm ja aktuell habe ich das set zweimal am liebsten würde ich es mehrmals kaufen aber dafür muss ich in lego store gehen oder sonst wo bestellen ja ähm bei lego darf man es ja leider nur zu meinem letzten kenntnisstand nur zweimal bestellen äh ähnlich wie bei den accessory packs damals aber gut mal gucken vielleicht äh kommt auch noch mal was dazu und ähm die bringen es momentan auf etwa 11 euro das heißt wenn man allein jetzt schon die figuren zusammenrechnet sind die figuren mehr wert als das set ach so die uvp hatte ich schon ganz vergessen zu sagen sind 39 99 aber ähm wie gesagt die 2 plus der airborne plus maize window wenn man die verkaufen würde hat man das geld gefühlt schon drin sofern jemand natürlich den preis bezahlt gut die so das waren die figuren die habe ich jetzt zur seite getan und ähm ich denke viele werden jetzt schon wieder abschalten auch die figuren die sind schön set kaufe ich mir aber hier ist natürlich noch ein schöner tank dabei und wie ich nach meinem vergleichsvideo gelernt habe in den kommentaren es ist im prinzip ein hybrid aus zwei varianten es gibt einmal einen sehr flachen wie der 2017er und einen der so ein bisschen höher geht und das ding ist so gefühlt beides in einem also nichts ganzes nichts halbes aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal mir gefällt das set nämlich so extrem gut er erinnert mich sehr an den alten aus clown was damals und ähm den habe ich leider nicht den alten den will ich mir immer noch zulegen dass ich wirklich alle drei davon habe und ähm ja wir fangen einfach mal an also hier vorneweg wir haben hier ganz viele sticker wie gesagt zwölf stück ist schon eine menge und ähm das ding ist aber grundsätzlich erstmal grundsolide man kann es hier hin und her rollen ja das funktioniert alles ganz schick ganz schön da haben wir hier neben auf beiden seiten kanonen die sind nicht zusammen also wenn ich jetzt die rechte seite bewegt bewegt sich die linke nicht mit könnte man sich noch umbauen ähm dann hätte man nur hier drinnen wenn es einem wichtig ist in der luke moment den sitzplatz verloren oder den stehplatz aber theoretisch für wen es interessiert oder wer es machen möchte kann man natürlich auch die beiden synchronisieren dann kann man in der mitte halt nicht so gut eine figur unterbringen aber ähm ja die option gibt es und jetzt wo wir eh schon reingucken hier drin haben wir noch mal eine platte mit einem print und ansonsten können wir das zu machen haben wir hinten noch mal eine luke da können wir dann da unten noch irgendetwas rein tun ist zwar nichts dabei aber da können wir bis vorne durch gucken und wenn wir jetzt noch hier vorne die klappe aufmachen können wir wirklich einmal komplett durch gut ja hätte man vielleicht noch irgendwas rein tun können ich weiß nicht ein speeder oder so eine kleine kommandostation oder was auch immer ähm aber so haben wir zumindest sehr viel platz wo man spielen kann und auch theoretisch was umbauen kann und das ist natürlich auch nicht schlecht und wenn wir dann hier jetzt die Luke mal angucken die ist einfach hier vorne ganz simpel festgemacht klappt man wieder zu zack und dann ist das Teil geschlossen hier haben wir allein an dem Teil zum Beispiel drei Sticker finde ich ein bisschen schwierig ähm ja aber gut so ist es halt ähm um bei den Kanonen zu bleiben habe ich eben ganz vergessen wir haben natürlich hier auch wieder unsere krasse Spielfunktion dabei wir können hier diese Flickkanonen benutzen da zack und ähm ja jetzt sind die abgeschossen und jetzt sieht er auch direkt ein Stück besser aus weil eben hier diese roten äh Stäbe fehlen aber äh ja an sich passt es also wirklich alles in allem ein schönes Set weil alles was dran ist kann man benutzen es hat einen großen finde ich persönlich einen großen Spielwert man kann damit viel anstellen man kann kreativ werden und äh das Ding hat auch eine gescheite Größe man kann damit das kann man auch als Erwachsener in die Hand nehmen mal hinstellen das sieht gut aus also das haben sie bei dem Set wirklich sehr sehr gut gemacht wie ich finde die Sticker hätten nicht sein müssen ja aber gut 40 Euro kann man vielleicht mit leben aber so ein Teil hätte man auch vielleicht bedrucken können damit kann man noch leben vielleicht aber so was mit drei Aufklebern auf einem Teil so ein paar Prints tun doch nicht weh also dann hätte es auch 45 Euro kosten dürfen hätten die das Ding bedruckten dann wäre auch gut aber ähm ist nicht haben wir nicht also muss man damit leben man kann die natürlich auch einfach ablassen habe ich jetzt nicht gemacht ähm aber wer es ablassen möchte der muss halt hier so ein bisschen auf die Details verzichten aber dann kann man die Steine natürlich auch gut wieder weiter benutzen und apropos Steine wir haben hier zum Beispiel auch schöne große schwarze Platten dabei oder auch hier nochmal so in Tenen eine schöne große Platte die kann man alle äh das Set kann man auch gut ausschlachten für ein Mock beispielsweise oder auch hier die großen weißen Slopes die wir dabei haben ähm alles brauchbare Teile kann man wirklich gut für was anderes benutzen bei mir ist es jetzt schon so ein bisschen spät weil ich halt viel auch beklebt habe aber ähm den will ich eh nicht zerreißen aber gerade für Leute die nur die Figuren wollen das Ding auseinander gebaut eine Base mit gebaut oder sonst wo mit eingebaut und dann läuft die Sache ja also äh der Bild ist wirklich erste Klasse wie gesagt die Figuren ich schiebe sie nochmal ins Bild sind auch Klasse und ähm die UVP 40 Euro finde ich persönlich ist in Ordnung also ein bisschen zu teuer vielleicht so 30 Euro wären auch cool gewesen aber 40 Euro ist noch so hart an der Grenze finde ich aber ähm die Figuren reißen es für mich persönlich halt komplett raus äh weswegen ich halt auch zwei davon gekauft habe und ich habe sie natürlich beim äh May the Force bestellt gehabt und äh da habe ich noch das GWP mitgenommen also da hat es für mich gepasst aber ähm man sollte auf jeden Fall gucken wenn man es jetzt noch kaufen will dass man möglichst vielleicht auch ein paar GWPs mitnimmt oder äh sonstige Vorteile sich ein bisschen sichert weil dann ist das Ding auch wirklich in einem guten Kurs dabei und dann dann passt das alles auch ja wie gesagt zum Gebrauchpreis kann ich jetzt nichts sagen ich habe schon Leute gesehen die verkaufen das jetzt für 50 Euro oder so teilweise wieder auf Ebay ähm würde ich nicht machen man kann es noch ganz normal für 40 kaufen und die VIP Punkte mitnehmen und ähm ja soviel dazu mal gucken wie es halt in einem Jahr aussieht preislich bei dem aber äh für den jetzigen Moment wenn ihr den noch gerne haben wollt dann äh kauft ihn euch natürlich kann man zweimal machen aber einmal äh sollte auch reichen und um es natürlich abzuschließen also ganz klar äh schon eine Kaufempfehlung vielleicht sogar zweimal und ähm oder auch mehrmals wie man natürlich Lust äh hat und auch das Geld dafür und ähm dann war's das bis zum nächsten Mal und tschüss ja